Also Architektur und Umwelt im Prinzip ist ja Architektur ein Teil der Umwelt oder wir gestalten durch Architektur eben auch unsere Umwelt natürlich und jetzt kann man sich natürlich fragen wie man Architektur herstellt oder baut und wenn man jetzt über Holz und Architektur nachdenkt oder Holz und Umwelt ist es natürlich aktuell gerade das Thema, dass man darüber nachdenkt wie man einfach energieoptimiert bauen kann zum Beispiel oder eben auch relativ wenig Ressourcen verbraucht und in der Hinsicht ist natürlich das Holz dann plötzlich sehr interessant weil es erstmal sehr wenig CO2 Bindung hat und wenig graue Energie bindet. Das ist so das Thema bei Holz wenn man jetzt diese Frage so. Das ist aber natürlich nicht alles und Holz ist ja natürlich auch per se nachhaltiges und langlebiges Material. Also mit Material ist es so, dass wir eigentlich eher versuchen zu schauen welches Material ist, finden wir jetzt für diese Bauaufgabe für angemessen und auch für interessant. Also es ist gar nicht so, dass wir uns spezialisiert haben auf Holzbau. Es hat sich einfach in den ersten beiden Projekten so ergeben, dass wir da viel mitgearbeitet haben. Auch aus dem Grund, also Jan, mein Partner oder unser Partner auch Jan, der kommt aus dem Produktdesign auch und hat natürlich von Haus aus auch zum Beispiel zu vorgefertigten Techniken, das macht mein Produktdesign vielleicht eher noch oder beschäftigt sich noch mehr mit Vorfertigung mitunter. Und da war einfach auch die Idee, auch wegen Bauzeiten und wegen, auch wie gesagt aufgrund der Nachhaltigkeit des Materials Holz, wollten wir mit Holz arbeiten. Und bei dem ersten Haus Juska war einfach das Thema Nachhaltigkeit und wir haben das Thema halt sehr versucht sehr breit zu fassen. Also nicht nur jetzt Passivhaustechnik einzubauen und auch nachhaltiges Material zu verwenden, sondern eben es ging dann noch viel weiter, indem man halt versucht hat, sehr kleines, kompaktes Haus zu bauen, wenig Quadratmeter zu bauen, eher wenig Kubertur und man hat ganz viele Aspekte von Nachhaltigkeit versucht, da mit einzubauen. Und da war Holz ein Aspekt, aber und wir bauen auch gern mit Holz, aber es ist nicht so, dass wir uns auf Holzbau jetzt spezialisiert hätten, sondern das hat, wenn sich das anbietet und für sinnvoll ist, dann nehmen wir das Material. Und wenn anderes Material sinnvoll ist, bauen wir mit einem anderen Material. Also wie gesagt, bei jeder Bauaufgabe muss man immer wieder neu schauen, was ist jetzt die Anforderung, was soll das für eine neue Nutzung bekommen zum Beispiel, wenn man umbaut oder anbaut. Und dann muss man eben von Fall zu Fall entscheiden, was das Richtige ist. Also es gibt da eigentlich keine wirkliche Methode oder ein Rezept für uns, sondern wir schauen uns immer jede Aufgabe neu an und überlegen dann, was wir für sinnvoll finden. Also was braucht die Familie, die da gerne einziehen möchte, wie viel Budget hat sie vor allem auch. Und da ging es ganz viel natürlich auch um Budgetfrage und aber auch darum, dass man einfach den Bestand bewertet in gewisser Weise und entscheidet, was kann man verbessern, erhalten und was ist sowieso gut und was belässt man. Und dann entscheidet man eben wirklich so einen kleinen Eingriff zu machen, weil natürlich auch diese Materialien, die schon verbaut sind, ja schon eigentlich eine große Energieaufwand darstellen. Aber es hat auch damit zu tun, dass natürlich der Bestand auch eine gewisse gelebte Patina hat, die ja auch Atmosphäre ist und auch Geschichte erzählt und einen gewissen Charakter hat, den man vielleicht versucht rauszuarbeiten, damit zu arbeiten, mit umzugehen und daraus dann auch ein Haus zu machen oder ein Gebäude zu haben am Ende, was auch einen eigenen Charakter darstellt. Und eben nicht irgendwie ein Haus XY, was zwar neu ist, aber man vielleicht in der oder anderer Art schon 5000 Mal gesehen hat, sondern uns interessiert einfach dieser Charakter, der da eingelebt ist in dem Gebäude. Und damit arbeiten wir eigentlich gern. Und das ist auch sehr inspirierend einfach, wenn man ja was findet und dann schaut, was kann man machen. Das ist so wie Brigitte vorher nachher, so ein bisschen. Und dann ist man, oh wow, schau mal, sieht ja doch ganz gut aus. Und da steckt einfach viel so, da kann man eben auch viele Ideen entwickeln, weil es ist ja schon was da und dann kann man mit diesem Bestand einfach arbeiten und das eben rausholen, was man gut findet und was jetzt vielleicht, oft muss man auch zurückbauen. Oft ist einfach in dem, in dem Bestand, den man vorfindet, dann irgendwie komische Fliesen noch reingekommen und dann da noch was gemacht und dann baut man ganz viel erst mal wieder zurück, weil oft der Eingriff vielleicht nicht besonders schön war, was dann gemacht wurde und baut oftmals. Manche Sachen sind aber auch interessant, weil es so eine unterschiedliche Mischung gegeben hat. Also es kommt immer, man muss jedes für sich anschauen und dann entscheiden, was man macht. Also wie auch da, es gibt kein wirkliches Rezept. Das macht es aber auch so unglaublich interessant, damit zu arbeiten. Also ich arbeite am liebsten eigentlich auch mit Bestand. Neubau ist ganz anders und hat andere Möglichkeiten und Potenziale, aber Bestand ist auch, ich sehe da auch eine große Zukunftsaufgabe für Architekten, mit dem Bestand zu arbeiten und da eben was rauszuholen am Ende, weil da wirklich auch noch diese Expertise und auch diese Kreativität einfach auch gefragt ist. Ja, das ist natürlich genauso wie alle anderen Vorgaben, die es gibt, ob das jetzt ein Baurecht ist oder ob es der Nachbar ist, der was bestimmtes will oder vielleicht auch Probleme macht oder auch, also man möchte ja vielleicht, hat vielleicht auch mitunter selber noch irgendwie eine Idee oder irgendwas, was man gerne mal ausprobieren möchte oder die Familie hat ein ganz komisches Hobby, das man integriert, das irgendwie integriert oder sich werden soll oder sich wiederfinden soll. Und genauso ist es mit dem Passivhaus für uns auch. Aber es ist halt in erster Linie auch natürlich eine Art von Passivhaustechnologie und man fragt sich auch, was kann man, was heißt das eigentlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Passivhaus baue und im Prinzip ist ja alles im Haus jetzt mehr oder weniger, hat die gleiche Temperatur. Ich habe keine kalten Flure mehr oder sowas, keine so starken Temperaturgefälle. Das bedeutet natürlich eigentlich, dass so ein freier Grundriss total gut möglich ist, was noch viel einfacher ist eigentlich. Und ich meine, im Prinzip ist die Passivhaustechnik ja auch, das wäre eine Frage, inwiefern beeinflussen mich elektrische Leitungen im Haus? Also das ist, es sind halt oft viel so Technikkomponenten, aber eigentlich sieht man die nicht, die baut man ein, wenn es jetzt um die Passivhaustechnologie geht zum Beispiel. Und das andere dann mit den ganzen Dämmanforderungen und so weiter muss man einfach auch mit umgehen lernen und dann schauen, wie man das integriert in das Haus. Aber das ist nicht das Wesentliche des Raumes am Ende, was es ausmacht für mich. Also wir haben uns, ich weiß nicht, ob wir uns oft darauf beziehen, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist so, dass um Stuttgart herum, wo wir einfach auch, Stuttgart ist ein Teil von unserem Bürostandort sozusagen und da außenrum ist es einfach extrem zersiedelt und maßgeblich geprägt von diesen Vorstädten. Und seit einigen Jahren, schon machen wir immer so kleine Exkursionen dahin und fotografieren einfach diese Gebäude, die da entstehen. Weil viel von Stadt ist einfach nicht dieses Bild von europäischer Stadt, was man oft so hat. Ganz viele Gegenden sehen halt einfach irgendwie aus. Und in diesem Irgendwie gibt es aber manchmal auch ziemlich interessante Gebäude und Konstellationen. Und deswegen interessiert uns das tatsächlich. Und wir finden auch, dass da oft so wilde Nutzungsmischungen zu finden sind. Und die finden wir eigentlich besonders interessant, um auch so ein Ort oder so eine städtische Landschaft auch so anzureichern, wie jenseits von dieser Monokultur Einfamilienhaussiedlung. Sehen wir da ein Potenzial, dass man über diese Nutzungsmischungen und Anreicherung von solchen Monokulturen einfach auch wieder lebendigere Orte hinbekommt. Das ist so unsere Idee. Es ist natürlich nicht einfach, weil es da gewisse auch wieder Baurechte und sonstige städtebauliche Verordnungen und so weiter gibt. Und ja, über die Jahrzehnte hinweg eigentlich eher so eine Nutzungsentmischung da betrieben wurde. Hier ist Gewerbegebiet und da wohnen wir und da ist dies und so. Aber eigentlich sind das keine schönen, lebendigen Orte. Und das Hauptproblem da drin für mich ist auch, dass darin auch impliziert ist, wenn ich an so einem Ort wohne, wo einfach nichts anderes ist, außer wohnen, muss ich natürlich immer irgendwie entweder mit dem Auto fahren und irgendwie mobil sein. Also wir bauen so eine gewisse Verkehrsproblematik in solche Orte gleich mit ein. Und die Frage ist halt, ob diese Mobilitätskonzepte, das wir so momentan haben, ob das denn so tragfähig ist, sag ich jetzt mal, die nächsten Jahrzehnte. Berlin ist ja natürlich überhaupt kein Vergleich, weil da ist ja eigentlich über den öffentlichen Verkehr alles geregelt oder möglich. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch anderweitig mobil zu sein, jenseits vom Auto. Und gerade in den Großstädten gibt es ja gar nicht mehr so viele Autonutzer mitunter oder viele haben gar keinen Führerschein mehr, auch von der jüngeren Generation. Aber jetzt in so ländlichen Gebieten, da fahren natürlich alle ein oder zwei Autos mindestens. Und die brauchen auch diese Autos, weil da fährt der Bus halt nur einmal am Tag. Aber gut, das ist jetzt sehr weit außen, aber das ist so die Überlegung, dass man eigentlich wieder mehr Funktionen an einem Ort zusammen hat. Und das interessiert uns eben an diesen Zwischenstadt. Oder wir haben nur einen sehr kleinen, Zwischenstadt ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff. Also da fällen so viele Sachen drunter. Und wir speziell haben uns eben nur für diese Gewerbegebiete jetzt eben mehr interessiert. Und wir fahren generell da in der Landschaft rum und fotografieren alles Mögliche, was gebaut wird und beobachten einfach, wie Dinge benutzt werden. Aber eigentlich haben wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon, den wir uns anschauen oder genauer anschauen. Da gibt es ganz unterschiedliche Bauherren. Also manche, die sind eigentlich froh, wenn man sie nicht so großartig damit behelligt, sozusagen. Und bei manchen, also wir versuchen eigentlich schon generell, den Bauherren immer eher mitzunehmen. Also nicht einfach irgendwie sagen, so hier, das ist jetzt euer Haus. Und das ist ja auch schwierig, weil dann viele sagen, der Architekt hat mir wieder irgendwie, der will sich wieder selbst verwirklichen und hat mir da wieder irgendwie was vorgeschlagen. Sondern es ist ja schon ein Prozess im Miteinander. Und wir bauen auch ganz gerne Modelle, einfach um auch den Bauherren in die Lage zu versetzen, wirklich zu verstehen, was er da eigentlich bekommt, so ansatzweise und auch mitreden zu können. Und zu sagen, ja, nee, also irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen, da kann ich nicht wohnen. Oder, also einfach um abzuschätzen, was braucht er eigentlich, wo fühlt er sich wohl. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung auch von seinem häuslichen Umfeld oder von seinem, wo er wirklich auch sich geborgen fühlt zum Beispiel. Es gibt Menschen, die können gut in großen Räumen leben und es gibt Menschen, die können halt nicht in großen Räumen leben. Die fühlen sich da einfach irgendwie verloren. Und da muss man einfach, und auch viele, manche können auch nicht mit diesem, mit verschiedenen Materialien. Es gibt Bauherren, die können keine gewendelten Treppen gehen. Also das funktioniert auch nicht, wenn man den Bauherren da nicht mitnimmt. Weil dann macht man irgendwie fünf gewendelte Treppen und dann irgendwann sagt er, nee, also ich kann eigentlich, ich will das nicht. Ich will nur immer im 90-Grad-Winkel um die Treppe gehen. Und ganz oft haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass der Bauherr am Anfang das vielleicht nicht will oder vielleicht auch nicht ganz versteht. Oder sagt, ja, okay, dann machen wir das so. Und nach einem Jahr kommt dann der Bauherr und sagt, ich habe da gesehen, im Sommer, wenn dann das Licht da hinten hinfällt, da ist das ganz toll hinten im Garten und so. Und ich sage, ja, genau. Deswegen haben wir das Haus auch so hinverschoben, dass es diese Stelle dann gibt. Also da ist viel Qualität, wird am Anfang noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich denke auch manchmal, wenn jemand ein sehr guter Weinkenner ist und jemand einen Wein präsentiert, der ganz toll ist und besonders exklusiv und man nie Wein trinkt, dann wird man natürlich auch in gewisser Weise nicht wirklich verstehen können, warum der Wein jetzt so toll ist. Und Architektur ist manchmal auch so, dass man natürlich sehr tief in einem Thema drin ist und sehr viel Gefühl und Expertise da für verschiedene Räume hat. Die können natürlich von einem Laienbauherrn nicht unbedingt am Anfang nachvollzogen werden. Und das kann im Laufe der Bewohnung sozusagen des Hauses, versteht man dann manche Dinge erst. Also so ein bisschen unsere Erfahrung. Und das kann im Laufe der Bewohnung sein.